Aber das würde gehen. Ich weiß nur nicht, wisst ihr aus dem Kopf, wenn ich Stufe 1 hab, hab ja jetzt 500 Meter, hab ich denn 1500 Meter mit dem? Naja, wenn du nicht so viel Wert auf das Leck legst, kannst du das schauen. Wir brauchen halt Energiezellen des Todes, ne? Die ich zum Teil ja da unten drin hab. Aber die können wir auf jeden Fall austauschen mit denen, die wir hier haben. Also es klingt auf jeden Fall nach einem Plan, ja, mit dem Zyklop da unten runter. Die Frage ist, na gut, reparieren kann ich auch einfach so. Aussteigen, reparieren, ne? Oder muss ich an die Stellen, so wie im Boot? Wahrscheinlich ja, ne? Stufe 1, 900. Immer 400. Ja, aber dann komm ich da halt nie runter. Dann muss ich mir ja einen neuen Krebs bauen. Oder ich brauch mir ne Basis da unten, so wie Gundam vorgeschlagen hat. Und denn? Komm ich auch nicht schneller nach links und rechts. Oh, Zyklop reparierst du wie der Biss. Oh nein. Musst du mal zu den Punkten schwimmen. Riss schwimmen. Alter Schwede. Aber ich meine mit der Motte. Bis es bis zur Motte schwimmen kann. Ja, das denke ich auch. Die Motte ist von hier wie weit? Gucken. Tausend Meter. Meint ihr, das schaffe ich? Du kommst bis vor den Eingang von der Lava-Zone. Da ist, glaube ich, 900 Meter kannst du... Achso. Achso, man kann wirklich, ähm... ...ne Tauchflasche einfach austauschen. War mir gar nicht bewusst. Baut man die denn nochmal? Also ihr meint jetzt nicht da hinschwimmen, sondern... ...ähm... ...schon drauf vorbereiten, ne? Ähm... ...Titan. Dreimal Titan. Könnten wir auch noch eine Standard-Tauchflasche machen? Dies war jetzt nicht krass, aber zur Not... Also wenn wir sechsmal Titan, wenn wir so einen Titan... Ich kann ja hier gar nicht bauen. Ich muss ja so oder so zur Base. Spielt ja gar keine Rolle. Aber ich kann aus dem Zeug ja keinen Titan machen. Ich hab ja so ein Konstruktions-Ding gar nicht hier. Nicht mein Ernst. Oh. Oh, das Spiel ist auch saugeil. Ja, moin. What's the Iron Duke? Hat er nicht mal gespeichert? Doch, doch. Aber, äh... ...das Speichern allein bringt ja nichts. Wenn du stirbst... Ähm... ...bis... ...landest du immer in deinem letzten... ...in deinem letzten Ding. Zyklop ist am Start. Ja. Relativ frisch auch, das Ding. Ähm... Das heißt, ich muss ja immer zurück. Ich muss ja erstmal immer zurück. Ich nehm' Tauchflaschen mit. Und hol' mir die Motte. Und nehm' schon... Nehm' schon ein Tiefenmodul... Ach nein, ich brauch'... Doch, ich hab' ja ein Tiefenmodul 1 über. Ne, ich brauch' ja das zweite. Und ich kann das dritte herstellen. Komm, ich schwimm' jetzt zurück. Ich lass' den hier. Ja, mit der... Äh... Mit dem Zyklop bin ich jetzt auch nicht viel schneller. Verbrauch' ultra viel Energie. Ich schwimm' jetzt... Ich schwimm' jetzt einmal so zurück. Wau mal, wo ist die Base da? Nicht mal Fabrikator hast du in dem Ding. Ja, das ist... Ich hab' den Zyklop neu gebaut, ne? Ähm... Ich glaube, mehrere Tauflaschen gingen auch nicht mehr. Oder ging das noch? Wenn man die manuell auswechselt passt. Oh, der muss rein. Okay. Bin ziemlich sicher, dass das noch geht. Hast du Ladestationen wenigstens? Ne, noch nicht. Wir verlassen, neu laden. Ja, das wär' scheaten. Das machen wir nicht. Ritz-Ryland-Yoke. Wenn, dann ziehen wir hier unsere Fehler durch. Also nur durchs Inventarheim kriegt man nicht mehr O2, soweit ich mich erinnere. Ne, schon austauschen. Das hätt' ich aber auch so verstanden, Exi. Manuell auswechseln, genau. So hätt' ich's aber auch, so wär' auch meine Logik jetzt gewesen. Man muss halt wirklich sicherstellen, dass die Sauerstoff drin haben. Also einzeln in Vollladen. Alles klar. Ist das so hell da? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das klappen würde mit dem raus... Mit dem einfach rausgehen und wieder reingehen. Genau, manuell wechseln. Also wie gesagt, das hätt' ich jetzt auch so safe gedacht. Aber wie ärgerlich da unten. Nur weil ich ausgestiegen bin. Zum Reparieren. Der hat mich ja richtig auf den Krieger gehabt, der Typ. Aber dann weiß ich's wenigstens. Aber es kostet halt wieder... ...ne Stunde. Mein Krebs war doch, glaub' ich, auch nicht so teuer, ne? Auf halber Strecke die Modder als Safe Zone, genau. Jetzt gucken wir einmal. Also wir haben... Wir brauchen halt immer die denn davor, die Dinger. Zwei, Plaster, Magnetit. Und drei, Rubin. Womit denn? Scheiße, Exi, du weißt jetzt auch nicht, ob ich schon drei drin hab, ne? Aber wahrscheinlich nicht. In der Seemotte, weil das macht ja Sinn. Und hier... Nein! Ich brauch drei! Hätt' ich drei dabei gehabt, dann hätt' ich gleich ein Tiefenmodul mitnehmen können. Gut, ich hätte die Eins nochmal bauen müssen. Ach, stimmt, scheiße, hab' ich nur eins, ne? Aber zwei brauch' ich auf jeden Fall nicht. Also zwei hat er definitiv drin. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich drei hab. Neuner Meter für die Motter. Ging die Seemotte auf neuner Meter? Dann war's drei. Oh, shit. Tiefer geht's gar nicht mit der Seemotte. Alles klar, hab' ich verstanden. Aber wie ärgerlich ist das denn? Ah, Mist, ey. Hätt' ich jetzt zweimal mehr Kyanid ins Inventar genommen, statt in Krebs zu lassen, und ich muss ab da ja sowieso schwimmen, fällt mir gerade auf. Ich muss ab der Seemotte schwimmen. Also das sowieso. Von der Seemotte bis zum Krebs muss ich tauchen. Das heißt, Tauflaschen sollte ich schon mitnehmen. Alter Verwalter. Jetzt hab' ich kein Fahrzeug hier, um meine Energiezellen aufzuladen. Das heißt, ich bräuchte jetzt ne Energiezellenladestation. Oh nooo. Brubine hab' ich ja hoffentlich. Ja. Was noch? Erweitert der Kabelsatz. Oh, scheiße. Ich hab' keinen Kupfer. Oh nein. Ich glaub', ich brauch' zwei. Ist das doof. Nee, eins. Kabelsatz. Jo. Aber wir brauchen noch... Fischkorallenprobe. Nein! Kupferdraht! Brauch' ich zwei Kupfer. Och, Mann. Wir brauchen Kupfer. Wie blöd. Suche schon mal. Und zwar Kalk... Ja, Kalkstein. Das ist doof, dass er es nicht speichert, wenn ich mich auslocke. Dass ich den Pischerzahn wieder neu suchen muss. Oder Krebs den Zweiten um Hilfe bitten? Einen Zweiten? Eine Zweite Große sollte reichen. Eine Zweite Große? Aber nicht gespielt, oder? Kupfer ist auch im Krebs. Ja, ich weiß. Oh, sorry. Das hätte ich im Streamchat gehen sollen. Achso! Falscher Channel. Ja, kein Problem. Ihr meint also lieber mit einem Zweiten Krebs? Oder Krebs den Zweiten um Hilfe bitten? Ja, da müsste ich keinen... Ja, okay. Stimmt. Also Rubin brauchen wir sowieso... Ja. Aber das reicht ja vom Scannen. Hä? Seit wann macht er die aus? Na, wenn ich scannen auch... Ach, komm, ey. Dieser Scanner-Raum. Der macht auch, was er will. Ähm... Krebs... Spawn. Wollen wir mal kurz gucken. Ich meine, der war echt nicht so ultra teuer. Was brauche ich denn? Habe ich die Station drin gelassen? Nee, da. Die Sautflasche ist wohl billiger und wahrscheinlich schneller. Ja, stimmt. Deutlich schneller sogar. Aber ich gucke trotzdem mal. Der war nicht so teuer, ne? Na, ja. Auch schon... Doch. Ja, komm. Wir müssen jetzt einmal Energiezellen-Ladestationen bauen. Das hilft alles nichts. Das wirft uns ja zurück. Eieieiei. Vor allem, ich habe ja nichts hier. Ich kann jetzt mit der Seemotter nicht los. Äh. Macht ihm nichts. Ich habe heute sehr komische Bilder geschickt, die für wen anders gedacht waren. Nicht mal in Ernst, ja. Das ist schon gewöhnt. Ja. Ach, geht. Und die, wenn ich auch auslautern kann. Wie den Krimsbrosser, aber das Tiefenupgrade, genau. Sonst kommst du auch nicht bis zu 900. So sieht's aus. Deswegen glaube ich auch, ähm, ich würde dann tatsächlich auch nur die Einfachen, ähm, die Einfachen nehmen. Die Einfachen-Tauflaschen, einfach drei Stück davon oder so. Ich denke mal, das müsste reichen. Wieso ist denn hier so wenig? Alles schon weggefarmt hier von mir. Ja, ich hätte das vorhin schon mal erzählt. Geil wäre, wenn die Kreise quasi die Dichte anzeigen würde. Weil sonst hast du gar keine Orientierung, wo die, ob da, ob die gerade in der Nähe sind oder ob das irgendwie 1500 Meter entfernt ist. Kannst ja gar nicht abschätzen. Drei. Ich glaube, das würde genau hinkommen. Ach, come on. Ähm, Schlingen. Lanzen. Ich glaube ich auch. Gott, ey. Macht so einen Alarm und macht mir so ein bisschen Schaden nur. Schlingen. Ah ja, gut. Das ist in der Nähe der Base. Muss ich jetzt nicht mitnehmen. Weil die vollkommen nicht respawnen. Und Batterien für den Gleiter nicht vergessen. Ja. Genau. Ähm, was für einen Generator benutzt du in der Base gerade? Ganz normal. Solar. Äh, ausschließlich, genau. Ähm, weil ich aber tatsächlich auch noch nicht mehr gebraucht habe. Es klappt immer ohne Probleme damit. Gab mal, wenn ich wirklich richtig viel gemacht habe, dann hatte ich nachts Probleme. Ähm, aber wenn der Scanner nicht läuft, ich habe nur eine Wassermaschine. Also ich kam bisher immer ganz gut hin. Ja, und ich muss ja auch gestehen, ich habe ja immer gedacht, naja, wurde mir erzählt, ja, die Story so 25 Stunden raus sah. Wurde mir dann gesagt. Aus sicherer Quelle. Weiß nicht, ob sich jemand angesprochen hat. Und, ähm, deswegen habe ich halt gedacht, naja, gut, du musst jetzt hier nicht so ein krasses Basebuilding machen, weil, geht ja nur 25 Stunden. Kann ja da nicht so viel sein. Reicht eigentlich an sich. Okay, da wollen wir jetzt nicht runter. Okay, so, dann machen wir erstmal diese Energieladestation. Hilft ja nix. Ähm, nee, baue ein bis zwei große Wechsel, die mit der Aussie, die du hast, damit du auch gehöltest, zwei große Flaschen mit Seegleiter sollten reichen, wenn du zügig vorankommst. Okay, und das geht? Ich hatte das auch, aber über Nacht ging es nicht, da bin ich auf die Bier umgestiegen. Ja gut, ich habe 450 und damit komme ich ganz gut zurecht eigentlich. Direkt Stromausfall, ja. Aha, ertappt. Ja, ich, also ich habe schon mal Stromausfall. Also da hatte ich aber den Scanner halt auch laufen und so, ne? Der läuft jetzt auch gerade. Äh, wenn er nicht läuft, geht das eigentlich. Also ich mache den jetzt mal aus, weil ich brauche es jetzt nicht mehr. Und dann ist es eigentlich okay nachts. So, wenn ich jetzt natürlich die Energiezellen noch auflade und wir bauen jetzt tatsächlich ja nur, oh nein. Da passen ja nur zwei rein. Krästlich. Alles vorher gewusst. Wie ich immer gesagt habe, ich mache das Spiel, das Spiel das immer später. Ich ärgere mich halt einfach immer noch so. Silbererz. Gold. Tischkorallenpumpe. Gold. Wir machen erstmal das. Wie viel habe ich über Platz? Ich esse das jetzt auf. Da kommen wir ja hier ne Zeit wieder ran. Titan packe ich mal weg. Dann nehmen wir uns schon mal hier ne neue Batterie raus. Genau. Für den dürfen wir dann auch nicht neue Batterien vergessen. Sonst reicht das nämlich auch nicht. Batterie. Okay. dann holen wir erstmal Tischkorallenprobe. Zwei Stück. Dann haben wir nämlich, glaube ich, alles hier. Hier noch eine. Nicht. Ohne der Boer. Die Ressourcen in der Nähe schon mal aufgefressen. Welcome aboard, Captain. Wenn man nicht stirbt, passt das. So sieht es aus. Warte mal. Goldbräuch. Silbererzbräuch. Krabesatz. Computership. Zweimal Gold noch. Okay, okay. Zweimal Gold. Zack, zack. Jetzt wird Gold auch schon wieder. So, dann haben wir den. Dann haben wir den schon mal. So, und. Geräte. Ne. Ähm. Was? Achso. Was brauchen wir noch? Zwei Rubin. Zwei Titan. Zwei Titan. Zack. Zwei Rubin. Zack. Kriegen wir den da... rüber. Zwei Rubin. Zwei Rubin. Okay, die werden jetzt geladen. Geht auch relativ zügig. Aktiv müssen wir gleich auch nochmal laden. Ähm. Ähm. Vital Signs. Stabilizing. Aber wie ist die da unten? Eine B ist? Ich meine nicht. Ich glaube nicht. Also erstmal nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie es da möglicherweise noch weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nochmal zwei Wasser mitnehmen. Essen hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Das ist zu krass, Bär. Kleine Fischis waren da immer mal. Da haben wir ein Medikitt raus. Ähm. Man muss aber auch sagen, du hattest da richtig Pech in der Sekunde ausgestiegen zu sein. Ja. Wenn man eine Landestation im Zyklop hat, dann ist es schon... Ein Mobile, oder? Ja, zumindest früher immer. Ich habe schon länger nicht mehr gezockt. Ne, das geht nicht mehr. Genau, das haben die rausgenommen. Ob sie das Base lohnt, kommt darauf an, wie oft du da unten noch stirbst. Ja, danke. Am besten gar nicht. Ich wollte den Typen aber unbedingt scannen. Ich wusste nicht, dass der so aggro ist, der andere. Ich hatte halt gehofft, ich finde noch eine ruhige Stelle da. Aber dem war ja leider auch nicht so. Hm. Was haben wir noch? Ich nehme mir nicht, ob wir noch zwei Medikits... Also die Tütenchips nehme ich nicht mit. Das ist Quatsch, glaube ich. Für Falls. Haben wir hier noch einen Notfall? Für Falls. Silber, ey. Aber Silber ist auch nicht mehr toll. Hier wäre Tiefmodul 1 und der geht maximal bis 900. Habe ich verstanden. Man könnte... Ich könnte ja noch so eine Energiezelle herstellen. Aber war jetzt Energie ein Riesenproblem? Für den Zyklopen, ja. Aber der ist ja jetzt da. Sorry, aber ist leider so. Ja, ist so. Ist aber trotzdem ja witzig. Mit dem, ob sich das lohnt. Kommt drauf an, wie oft ich sterbe. Können halt leider nicht alle so badass sein und einen Reaper scannen. Ja. Das stimmt. Habe ich auch... Ich weiß gar nicht. Habe ich das gesehen? Hattest du mir den Clip geschickt? Ich meine ja. Kann man den dann irgendwo parken, wie die Motte? Oder den Krebs in den Moontank? Oder muss man die immer von Hand wechseln? Äh, was jetzt genau? Ja, Exi, du hast den Rebug gescannt. Nein, Exi, hast du einen Reaper gescannt? Nee, Gundam, ne? Brauchst du das nicht? Du hast ja, glaube ich, nur Rebug gescannt. 54. Also Batterien bauen. Also normalerweise könnten wir auch noch Batterien bauen, ne? Wäre jetzt auch nicht so nackt. Also wir haben auch noch welche da, aber ich... Säurepilz 2... Naja, jetzt... Wir nehmen mal 2 raus. Äh, und dementsprechend 4 Säure... Habe ich... Ah, nee, Säure habe ich nicht, weil es hier in der Nähe ist. Achso, ich glaube... Noch für... Für Falz habe ich ein paar drin. Oh, genau 4. Damit müsste ich hier 2 Batterien hinbekommen, richtig? Ja. Kann man den denn irgendwo packen? Achso, den Zyklopen? Wie die Motte, damit er sich auflädt? Ne, wohl leider nicht. Ne, das war der Exi. Oh, okay. Während er eine Motte gefuttert hat. Achso, okay. Also er... Der... Der... Reaper war am Motte fressen. Und du hast den denn... Das ist krass. Gibt's da für ein... Äh... Ein Steam... Wie heißt der nochmal? Steam Award? Wie heißt der? Ähm... Erfolg... Alles hat Grenzen. Keine Ahnung. Hast du dich... Äh... Den auch an den... Äh... Seedragon herangetraut? Ja, gut. Ähm... Ich glaube, der macht... Tötet einen immer instant, ne? Für den gibt's keinen Dock. Wenn du das meinst. Ja, genau. Ne. Es gibt einen Thermalreaktor für den Zyklopen. Wenn du dich da neben einen Vulkan stellst, lädt er sich wieder auf. Ja, genau. Aber den kann ich halt auch noch nicht machen. Der gibt keinen Erfolg. Das gibt keinen Erfolg, wenn man einen Reaper scannt. Was ist das denn für ein Spiel? Silikonengummi. So. Silikonengummi haben wir ja genug. Batterien. Ah, die vier, die lass ich. Den Kupfer hab ich jetzt auch keinen Bock zu farmen. So. 88. Überlege, ob ich... Nein, ich warte jetzt. Dann hauen wir die einmal rein. Wir werden uns gleich nochmal vollfuttern. So, nichts vergessen. Also. Wir können... Warte mal, wo hab ich denn... Genau, den hab ich ja noch mit. Den kann ich da lassen. Kyanit. Schrott. War nicht. Holzsilber. Hier ist, glaub ich, aber nicht mehr so viel drin. Dann könnte ich hier noch Kyanit mit reinpacken. Ich weiß jetzt grad nicht mehr, wie es geschrieben wird. Kyanit. So. Wichtig. Kyanit. Okay, dann haben wir das hier drin. Das haben wir... Laserschneider möchte ich gerne mitnehmen. Taschenlampe. Naja gut, wir könnten hier die Batterie mal austauschen. Hier nehmen wir auch schon mal. Taschenlampe. Einmal auf die... Ne? Ja. Die 1. Ich muss ja noch Tauchflaschen machen. Ah ja, ich wollte eine mitnehmen, deswegen ist eine leer.